E- 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 Keksen? Ja... Und damit Start newsletter week APP Ein und Wurden, oder? Das ist nicht nett. Jonas, bist du eigentlich wieder Tee? Nein, immer noch nicht. Er skantiert Tee. Er ist immer Tee. Andreas? Ich hab Schaden bekommen. Ja, ja. Irgendwer schießt von unten rauf. Ey komm, geh mal ein Stück zurück. Nicht in die Lava, vergess es. Nein, du sollst hier rauf. Ich will auch noch nicht von der Blanke sprengen. Sollst du auch nicht, ich möchte dir was zeigen. Guck mal. What? What? Andreas? Andreas ist Tee. Was ist denn für ne Lache? Okay, Frage, wen von euch beiden hat dich angeschossen? Mich nicht. Und er ist Tee. Geil. Der aufm Schilf? Scheiße, nein, er ist aufm Berg, er ist aufm Berg. Auf dem Hintergrund. Er ist aufm Berg, Mann. Aufm Schiff. Andreas ist aufm Berg. Ich bin aufm Schiff. Nein, bist du nicht. Ich bin aufm Schiff. Ich bin aufm Schiff. Ich fahr aufm Schiff. Ja, du warst es. Ich war am Anfang der Runde. Hö, hö. Hö, 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 hö. Ich geh mal durch die Lava, da steht man ja bestimmt. Ich geh mal durch die Magen um mir. Nee, dann kriegst du nur nicht so. Hey, Licht. Du bist hurt. Warum bist du hurt? Weil Andreas mich so ne beschissene Klippe runter in die Arme geschossen hat. Warte, du hast es überlebt? Ja. Ey, das fände ich unfair. Ich hab gedacht, du bist tot. Ja, ich auch. Nee, ich hab's zum Glück überlebt. Oh, hier ist TNT. Oh, er steht da mir. Fuck. Oh, hier ist noch mehr TNT. Float, Float. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, hier ist Licht. Licht. Das halte ich aber für unfair, dass du überlebt hast. So war das nicht geplant. Huiiii. Uh, ne Waffe. Ich weiß genau, dass der uns von irgendwo her wieder beobachtet. Oh, ey. Ey, beobacht euch immer. So genau, dann macht sich in die Hosen. Hier unten war er eben. Okay. Wo ist eigentlich der Traitor-Tester? Jetzt hab ich mich gerade auch gefragt. Oh, ich bin scheinbar T. Der Traitor-Tester sagt, ich bin T. Dann muss das wohl stimmen. Also, ich bin aus deinem Namen rausgekommen. Deswegen hab ich überlebt. Ah. Weeeee. Ja, Andreas war aber T. und alter dass der was dann noch extra schnell neue waffe gekauft wird erst mal aufgesammelt er hat er sofort kein team eine märkte alldolk dort läuft mit einem rechtstag wie immer warum hat andreas ist gerade nur 854 kam aber kann man so im Arsch alles nicht hochgestellt was oder das geht ein am hier sind das war doch richtig ihr euch abwarten abwarten wahrscheinlich und die abwarten dann hast du instant dann hast du instant 6 mal Trinity Force lass mich in Ruhe Andreas ich bin unschuldig unschuldig ich auch ich sag Jonas ist Tee hab ich bis jetzt noch nicht gesagt ich sag Pisek ist Tee ich glaub da auch das Josun ist Tee Wurst da ist die Tee Wurst da ichs nicht bin muss es Josun sein oder die Tee Wurst ja Jonas ist Tee Jonas wo bist du? ich glaub mal das uns jetzt verraten würde ja aber dadurch dass er schweigt muss euch klar sein dass er es ist ich bin grad im F3 Mio ja seh ich genauso außer Andreas hat Jonas grad gemacht nein hey ich hab nur 98 Punkte hab ichs nicht ich tüte hier nie jemanden ich bin schlecht hm warte ich hab im F3 noch äh 100.419 Punkte läuft wie wo ist der Traitor Tester äh unten da wo ich bin wo denn ja äh unten am Labasee am Ende wo ich hier nochmal runter äh Piii Piii ist Traitor nein doch garantiert nein also ich habs nicht ausgelöst ich garantiert nicht ich weiß gar nicht wie da ist Holz weggegangen äh 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 lol 16 ich hab die SG bin tot Andreas du bist Tee äh 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 ist der Wahnsinn da ja ist ja gut 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 ich hab keine Muni mehr äh äh pfff nein scheiße Andreas hatte mich übrigens ganz am Anfang schon rausgenommen und mich dann immer als Ausrede benutzt ähm wie du bist Schande hochüber haben uns da unterhalten als ich dich getötet hatte ja Andreas kennt die Map schon das ist in seinen Vorteil ja ich sagte ich seh die roten Finger und dann war ich still ja und kennt die Map bestimmt eh schon ich hab's echt nicht mitbekommen ey ich bin Traitor ja ich auch äh ich auch ach scheiße bei mir ist das glaubwürdig aber ich find's schön dass er mir geglaubt hat dass Josune sein muss während er schon lange tot war das fand ich sehr angenehm ich bin Traitor ich auch ja Basti hi Übrigens genau unter der da runter hab ich den anderen Herren eben auch geschubst und er ist auch nicht geschubst und das seh ich nicht ein so ne Tefalat zu töten und dann musst du noch das Holz auch hier eben auf den Kopf fallen lassen das hat wenigstens von Hit gemacht ja ja ich war ja auch schon fast tot ne ja das hätte ich so oder so von Hit gemacht und du wärst noch nicht rausgekommen behaupte ich mal was war das äh Gefängnis oder so oder was ist der T-Tester neben dem er stand ja ich weiß denn dass er daneben stand aber und das andere ist einfach nur das Holz noch was ich zusammenfallen lassen kann ah ok na dann ich glaub Jonas ist Traitor ja glaub ich auch ich auch ich auch der stand hat der stand grad die ganze Zeit da rum und hat nix gemacht ja bestimmt bin ich wieder Traitor ja ja Jonas warum bist du auch immer Traitor man T-N-E-C-O-N-N-I hi hi schau mal rein warte mal bleib mal stehen hm ich dachte du weißt das schon auswendig hm ja beschieß mich doch du Arschloch hm ah diese Kraftausdrücke hier hm 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 ja genau ja ok werft direkt die Inseln Dary mir vor die Füße sehr schön gut gemacht echt geil ey social play hier oder was ja hm ich glaub auch hm hm so ich bin jetzt bei Pi Pi hinter dir ist Jonas oh lol oh lol wo ist Masti mit schön ich weiß es nicht Hä ich bin hier unten Junge wo wo hier Hä der trollt uns doch ey das ist gut das ist gut guck doch hier unten am Wasser Hä? Wo ist er? Ja, hitte mich, du Arschloch! Stirb der einfach wieder nicht, ey. Meine Güte! Ah, Basti, 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 ey. Wo ist der SP, Traitor? Warum musst du so, warum musst du das tun? Weil du unkontent bist. Ja, ich glaube auch, ey. Ich habe ihn zehnmal gesehen, während ich deine Sicht beobachte. Du, ich habe ihn auch gesehen. Ja, wenigstens etwas. Aber ich konnte ihn ja nicht einfach wegmachen. Zweiter Nachteil. Na, Basti, wo kämpst du rum, ey? Ja, wo du nicht rumkämpst. Ja, ich glaube auch. So eine Scheiße, aber auch. Oh, eine Scheiße. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Oh Gott. Sag mal. Basti! Ja. Jetzt sterb doch. Nein. Warum nicht? Warum tust du mir so etwas an? Ernsthaft, ich schwimmst du einmal um die Insel rum? Ja. Oh Gott, ich will hier nicht runterlaufen. Sterbe ich doch nur wieder. Nöw'. Möw'. Hm. Ah. 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 Ey, warum keine Overt 이런. mann Ernst das war ich bin auch gewundert so scheiße an der Urschild wohl nie mehr ich treffe ihn aber auch einfach nicht alter mann o ich bin so ein Spaß man ich bin auch so scheiße im Snipern oder heißt es Snipern 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 das ist ein scheiß Schaaf-Shooter Schaaf-Shooter was machen sollte ich Schaaf erschließen der Schaaf-Shooter das neue Spiel ist Schaaf-Shooter Schaaf-Shooter Exclusive Box nur heute mit dem Schaaf im Chessy auf jeden Fall Minecraft habben aha bist du Tee du Leuchte du Jonas oh Gott ich hab seinem Namen viel zu spät gesagt weil ich auf this combinator die so gar nichts machen werfe ja natürlich immer wenn ich ne Granate in die Hand krieg werfe ich die ich werd beschossen Snipern Andreas ja was tust du da gar nichts gar nichts gar nichts ich bin in eurer Nähe ich bin bei dir das hatte ich schon gerücht nein ich nicht hallo wer ist er Andreas ist es äh halte ich für ein Gerücht immer noch ne ich nicht ich kann nichts beweisen Jonas lebst du noch du kannst nichts beweisen Jonas wetten Jonas ist Tee wetten du bist Tee nein bin ich nicht wieso nein redet er nicht mehr weil er möchte dass du denkst dass ich Tee wär oja er gibt doch sogar einen Sinn ich bin mich so unsicher allein wo bist du ey ich sag doch du bist Tee du Basta was bist du für ein Idiot ey weißt du eben grad als ich das gesehen hab dass er ihn sieht ne ich ja erstmal Mike war ja gemutet ich sag einfach nur so die ganze Zeit schieß ihn doch ab und er tut das einfach nicht maaan ja sicher ich spawn im Wasser haha lustig ey ich muss die Drecks Trails ausschalten die abartigen Arschlöcher schnauze ich finde die Runde läuft gerade sehr gut für mich äh ne finde ich nicht ja ist gut schnauze warum warum hole ich mir eigentlich immer die ganze Zeit ne Sniper hier Sniper Sniper geil ist wobei die M16 mit der kann man auch relativ gut snipen ja wobei die M16 Schaden beim Catch-Shot steht eigentlich die ganze Zeit immer da oben rechts Trated By Map Name Rund hat begonnen die Traitor wurden selected oh lord ok bist du dies Matei nein bin ich immer noch nicht er ist es er ist es auf jeden Fall sicher ganz sicher bin ich für mich ich bin mir ganz sicher dass es ist deswegen bin ich auch gerade fast gemacht worden von Andreas so nochmal für alle die es immer noch nicht gerafft haben Andreas hat mich gerade fast getötet Andreas ist Tee ich habe ich ja 3 was ist das du bist echt ein totaler Skiller 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 Leute was macht ihr da grad tanzen tanzen der schießt mich ja oh lol warum oh man Mann ich hatte aber gemerkt dass du mich angeschossen hast ich wusste es scheiße yes warte singt das Karma auch wenn man nur anschießt ja du hast nur noch 939 Mann ey was sind das hier für scheiß Traitor Runden sei fähiger du warst schon wieder du Bastard ja und ich hab schon wieder versagt ja weil Baited Mann warum ey warum tötet dich denn einfach nicht ich hab dich voll getroffen mir macht einfach nur 80 Damage 80 wow ja und ich wusste einfach ab dem Moment genau dass du es warst hab dann versucht abzulenken und hab dich dann von hinten gemacht in O das war voll easy ja schieß doch sofort wieder auf mich ja ok wo ist Jonas ich mach ihn jetzt erst Traitor mhm bestimmt angekündigt ich äh ich bin jetzt Triggerfinger ich hab eh nur 6 Punkte ist mir scheißegal mhm ey guck mal ich geh jetzt sogar freiwillig hier auf die wow ähm ja wow ja snipe mich doch an die Arschlöcher ja da ist noch einer ja ok Andreas Andreas schieß ja er hat mich einfach mal fast getötet ich bin ja nur in ja also ist es für Jonas doch gewesen dachte die Leiche ich bin so schlecht ey ich bin so schlecht ey na los komm schon raus kannst auch reden brauchen wir uns nicht totschweigen jetzt hier Jonas ich komm da ich komm da nicht hoch ne du musst mich machen es kommt doch endlich da runter ey meine Fresse das ist doch langweilig ich kann's doch wenigstens reden unterhalten wir die Zuschauer wenigstens noch ein bisschen Hallo einer von euch beiden einer von euch beiden Alter meine Schwester oder ich Yes Alter wie viel Leben hast du noch? 65 Mann das kann doch nicht sein Na mach hab voll voll damit ich bin echt so ein Versager einfach jetzt sind wir die Andertaler ich bin echt so nett mit ihm auch Bede Bede James Bond Nein! Mein Name ist Bond, James, München Oh, so ne Scheiße F*** man! Glückwunsch, Andreas, 24 Punkte hat gewonnen Zweiter ist der Jonas, dritter Markimir und ich einfach mal ZURECHT! Letzter ZURECHT! Jut Leute, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge TTTT! Haut da rein! Tschüss! Jallo! Bis denn! Tschuhu!